Semi-Finale! Rico Pitucialli kriegt eine absolute Talente-Komme ab, was es können und was wissen müssen. Sie sind seit dem U23 Europameistertitel und sind sehr ständig mitzeit in der Bank. Ja, endlich eine gute Zeit, einen guten Vorwand und guten Halbfinale, also ich bin richtig froh. Wie viele Serben haben Sie da? Ja, also wir schauen jetzt im Finale, ich gebe alles wohl Gas und wir schauen, was kommt. Alles Gute! Dankeschön!